Ja, guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Wir werden heute Abend über das Thema Einheit sprechen, wenn Einheit zur Feuerprobe wird. Jesus hat einen Wunsch geäußert für seine Gemeinde, den wir in Johannes Kapitel 17 finden, in seinem hohepriesterlichen Gebet. Und dort sagt er ab Vers 20, Johannes Kapitel 17, ab Vers 20 bis 23, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins werden, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, und dass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins sein, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Das Ziel Jesu für seine Gemeinde ist, dass sie zu vollendeter Einheit kommt. Alle Glieder der Gemeinde, egal aus welchem Stamm, aus welcher Nation, egal welche Sprache, Einheit. Einheit ist eines der hohen Ziele, das sich Jesus wünscht. Und auch wir freuen uns natürlich darüber, wenn wir Einheit erleben in der Gemeinde, wenn wir Einheit erleben in der Familie, wenn wir Einheit erleben in einem Missionskreis. Und doch ist Einheit etwas, was hart angefochten ist. Einheit ist kostbar. Und doch ist Einheit fast selten geworden. Und so schnell geht sie kaputt. Warum das Ganze? Warum geht sie so schnell kaputt? Was kann man tun, um Einheit zu schützen, um sie zu bewahren? Das ist das Thema heute Abend. Und ja, wir haben das in den letzten Jahren erlebt, ganz besonders in den letzten drei Jahren, dass es Themen gibt, die eine Gemeinde schon fast zerreißen können. Corona, Thema Impfung. Allein diese Worte lassen bei dem einen oder anderen schon den Blutdruck höher werden. Aber es gibt auch andere Themen, die Zerreißthemen sind für die Gemeinde. Wie gehen wir damit um? Wie können wir damit umgehen, um Einheit zu wahren? Um das zu erleben, was Jesus sich so sehnlichst erbeten hat von seinem Vater, dass wir alle zur vollendeter Einheit gelangen. Ich möchte am Anfang eine Aussage von Ellen White stellen, die mich sehr beeindruckt hat, wo sie sagt, wenn aller Stolz und alle Selbstsucht abgelegt werden, lassen sich die meisten Probleme innerhalb von fünf Minuten klären. Das findet sich in frühen Schriften, im Englischen auf der Seite 119. Und es ist doch sehr prägnant, aller Stolz und alle Selbstsucht. Wenn das abgelegt wird in unserem Leben, dann könnten wir die meisten Probleme innerhalb von fünf Minuten klären. Wenn wir dann in unsere Diskussionen schauen, die wir manchmal als Gemeinde erleben, dann zeigt sich vielleicht doch, was unser Problem sein könnte. Deswegen ein wichtiger Punkt für uns ist persönliche Heiligung. Dass wir uns Zeit nehmen, Gott zu suchen, dass er in unserem Herzen aufräumt. Dass er uns von allem Stolz und aller Selbstsucht befreit. Eines der größten Geschenke, was das Evangelium uns bietet. Wollen wir das nicht suchen und annehmen? Wie schnell redet man auf unschöne Weise über andere Brüder und Schwestern, weil sie etwas machen oder tun oder sagen, was nicht unseren Vorstellungen entspricht? Ich finde es einen guten Rat, dass die Zeit, die ich für andere bete, nie weniger sein soll, als die Zeit, die ich über ihre vermeintlichen Fehler spreche oder mich darüber aufrege. Natürlich sollten wir uns überhaupt nicht aufregen. Aber wenn wir viel über andere reden, haben wir mindestens genauso viel Zeit genommen, um für sie zu beten. Wenn nicht, dann könnten wir was ändern in unserem Leben. Wie schnell erleben wir doch in der Gemeinde, dass das Verhältnis das Gegenteil von dem ist, was wir uns eigentlich wünschen. Wie oft erleben wir es, dass die Steine aufgehoben werden, um die Ehebrecherin zu steinigen, um das gerechte Urteil zu vollziehen an ihr? Wie oft erleben wir es, dass die Penina, die Hannah kränkt und beleidigt auf dem Weg zum Hause Gottes? Wie oft erleben wir es, dass Abisai und Job dem Abner nachjagen, weil dieser sich an ihrem Bruder vergriffen hat? Wie oft blicken wir oder erleben wir es, dass Saul neidisch auf David blickt? Das sind alles Dinge, die sich klären und beseitigen lassen, wenn jeder seine Verantwortung auch erkennt, der persönlichen Heiligung. Dabei ist auch die Frage im Umgang miteinander. Was würde ich mir wünschen, wie man mit diesem Anliegen umgeht, wenn es wirklich mein leiblicher Bruder wäre? Mein leiblicher Bruder. Wie würde ich mir wünschen, dass mit dieser Sache, mit diesem Anliegen öffentlich verfahren wird, wenn es eine Sache gibt, über die man öffentlich reden muss? Was bedeutet mir das Wort Bruder? Was bedeutet mir das Wort Schwester? Was sollten wir damit verbinden? Im ersten Mose 13 Vers 8 finden wir eine Aussage von Abraham an Lot. Es drohte Streit aufzukommen zwischen, oder es war Streit zwischen seinen Hirten und den Hirten Lot. Und Abraham sagt, 1. Mose 13 Vers 8, lass doch nicht Streit sein zwischen dir und mir, denn wir sind Brüder. Lass doch nicht Streit sein, denn wir sind Brüder. Das sollte die Haltung sein, die uns als Gemeinde prägt. Das ist das, was Brüder untereinander ausmacht. Auch in Apostelgeschichte Kapitel 7 lesen wir, wie Mose das Thema Brüder, wie er das bewertet hat, was ein Bruder ist, wie man damit umgehen sollte. Apostelgeschichte 7 Vers 25 und 26. Da lesen wir im Vers 26, dass Mose zu seinen Brüdern kam, als sie miteinander stritten und ermahnte sie zum Frieden und sprach ihr Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Wenn man wirklich Bruder ist und Schwester ist, dann ist der andere mir doch genauso viel wert, wie ich mir selber wert bin. Werde ich dann dem anderen Unrecht tun wollen? Nein. Charles Bötschen hat es so formuliert, dass er gesagt hat, stark und besonders uneigennützig, so ist die Liebe zwischen wahren Brüdern. Auf einen treuen Bruder kann man sich in der Not verlassen. Ein Herz in zwei Leibern, so wird wahre Bruderschaft Wirklichkeit. Ein Herz in zwei Leibern, eine der schönsten Erfahrungen und doch ist es selten. Was können wir machen, wenn wir sehen, dass die Einheiten der Gemeinde oder in der Familie oder ein Freundeskreis zu knicken droht, wenn sie kaputt geht? Wichtig ist, dass wir das gesamte Bild im Blick haben, dass wir den gesamten Ablauf der Ereignisse vor Augen haben und das auch besonnen bewerten. Denn oft sieht es so aus, als ob ein Mann der Schuldige ist, wenn man bei genauem Hinblick sieht oder doch bemerkt, dass die Faktoren viel komplexer sind, die Zusammenhänge viel komplexer sind. Nun, ich möchte euch heute zu einer Geschichte aus der Bibel mitnehmen, die die Komplexität des Themas aufzeigt. Wir kennen die Geschichte in 2. Samuel, Kapitel 15. Lesen wir von einem Streit zwischen zwei Männern, die sich nie hätten streiten sollen. Absalom und David. Absalom war der Sohn Davids. Aber doch kam es zwischen ihnen zu einem Bruch, der die ganze Gemeinde zerrissen hat. In Kapitel 15 können wir lesen, wie Absalom sich an den Ort gestellt hat, wo David regiert hat und alle Israeliten begrüßt hat, die auf dem Weg zum König waren, wenn sie vor Gericht gehen wollten. Das heißt, wenn sie irgendwo eine Hilfe vom König brauchten, wo er ihnen hilft, Recht zu sprechen. Dann hat sich Absalom hingestellt und hat die Israeliten abgefangen und hat zu ihnen gesprochen, aus welcher Stadt bist du. Und wenn er dann antwortete, dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels, so sprach Absalom zu ihm, siehe, deine Sache ist gut und recht, aber beim König ist niemand, der dir Gehör schenkt. Dann sprach Absalom, O, dass man doch mich zum Richter im Land einsetzte, damit jedermann zu mir käme, der einen Rechtsstreit und Rechtshandel hat. Ich würde ihm zu seinem Recht verhelfen. Und es geschah, wenn jemand kam, um sich vor ihm niederzuwerfen, so streckte er seine Hand aus, ergriff ihn und küsste ihn. So machte es Absalom mit allen Israeliten, die zum König vor Gericht kamen. Und so stahl sich Absalom die Herzen der Männer von Israel. Wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass die Verschwörung immer stärker wurde und die, dass das Volk ständig zunahm bei Absalom. Es ging so weit, dass David sogar fliehen musste, weil er erkannt hat, Absalom hat das Volk für sich gewonnen. Natürlich, wenn wir die Geschichte anschauen, neigen wir dazu zu sagen, der böse Absalom. Was er hier macht, das ist ja alles nicht richtig. Wir sehen deutlich auch den Geist Satans. Und wir sehen genau die Geschichte, die sich im Himmel ereignet hat, wie sich ein hohes Wesen an die Stelle des Gerichts gestellt hat, wo Gott recht sprechen wollte und gesagt hat, wenn man doch mich zum Richter im Land machen würde, dann würde ich alles besser machen. Wenn doch ich das sagen hätte, dann würde ich Gesetze erlassen, die viel besser sind als die Gesetze, die der jetzige Machthaber erlässt. Wir sehen den Geist Satans in Absalom. Und natürlich dürfen wir ihn da auch nicht rechtfertigen darin, aber die Geschichte ist viel komplexer. Denn wo geht das Ganze los? Wo kam es zu diesem Bruch der Einheit zwischen David und Absalom, wo sie doch als Vater und Sohn hätten vereint sein sollen? Nun ja, die Vorgeschichte bringt uns dahin, dass Absalom seinen Bruder umbringt in einem Racheakt. Er hatte einen Bruder namens Amnon. Das war ein Halbbruder. Und der Amnon hatte sich die Schwester von Absalom, die Tamar, genommen, hat sie vergewaltigt. Absalom als der Bruder von Tamar war darüber natürlich nicht erfreut. Und er hat, wenn man sich die Geschichte anguckt, nachdem Amnon die Tamar vergewaltigt hat, hat Absalom gewartet, was passiert. Und es passierte nichts. Es steht zwar da, dass David zornig war, aber irgendwie handelte David nicht. Zumindest beschreibt die Bibel nicht, dass er handelt. Das können wir lesen in 2. Samuel 13, Vers 21 und 22. Und als der König David das alles hörte, wurde er sehr zornig. Aber Absalom redete nicht mit Amnon, weder Böses noch Gutes. Denn Absalom hasste den Amnon, weil er seine Schwester Tamar geschwächt hatte. Und es geschah nach zwei Jahren, da hielt Absalom scharf vor in Baal-Hasor. Zwei Jahre lang hat er Absalom Groll im Herzen gehegt, gegen seinen Bruder Amnon. Und zwei Jahre lang scheint ihm niemand geholfen zu haben. Und es kam dazu, dass Absalom alle seine Brüder eingeladen hat. Und dann hat er seinen Knechten befohlen, Amnon umzubringen. Und das haben sie gemacht. Daraufhin musste Absalom fliehen. Und er floh aus dem Land und kam erst nach einiger Zeit wieder zurück, weil Joab sich für ihn verwendet hat. Und als er zurückkam, hat er immer noch diese Bitterkeit im Herzen. Und das hatte ihn dazu geführt, sich dann hinzustellen und die Israeliten abspenzlich zu machen. Warum hat David nicht eingegriffen? Warum hat David nicht entschieden recht gesprochen, als Amnon, die Tamar vergewaltigt hat? Nun ja, wir brauchen nur ein Kapitel weiter vorzugehen. Und wir sehen, dass kurz zuvor David sich die Bazeba genommen hat. David hatte sich eine Frau genommen, die ihm nicht gehört. Eine Frau, die er nie hätte als Frau nehmen dürfen. Dann hat sie geschwängert, hat sie vergewaltigt quasi. Wie hat er als König, nachdem er das gemacht hat, wie hätte er noch recht sprechen können? Wie hätte er noch mit Vollmacht richten können? In diesem Fall, er konnte es nicht. Er tat es nicht. Und somit wurde Absalom kein Recht geschaffen. Und diesen Vorwurf, über den kam er nicht weg. Den behielt er im Herzen. Über diesen Vorwurf besand er nach, über lange Zeit. Und der Groll wurde immer schlimmer, es wurde bitterer. Erst tötete er seinen eigenen Bruder. Er schaffte sich Recht. Und später kam er zurück. Und diesen Vorwurf, was ihn selber so verletzt hat, dass sein eigener Vater nicht in der Lage war, Recht zu schaffen, den hat er nun laut werden lassen vor ganz Israel. Bei dem König ist niemand, der euch Recht schafft. Eure Sache ist gut und recht, aber wenn ihr dorthin geht, da ist niemand, der sich um euch kümmert, der euch Recht sprechen kann. Wenn man diese Geschichte sich anguckt, dann sieht man, dass der Bruch in der Einheit oft viel eher losgeht, als wir meinen. Bei David und Absalom ging der Bruch der Einheit in, der Bruch der Einheit darin los, dass er gesündigt hat, an Bazeba, mit Bazeba. Er löste eine Kette an Ereignissen aus, die später dazu führte, dass das ganze Land, die ganze Gemeinde zerrissen wurde. Und das ist das, was wir auch berücksichtigen sollten, wenn wir die Gemeinde anschauen, wenn wir Einheit anschauen, wenn wir den Bruch der Einheit sehen in der Gemeinde. Die Ursache für diesen Bruch liegt oft an einer ganz anderen Stelle, als wir es meinen. Und es sind die Sünden einzelner Menschen. Wenn wir in der Gemeinde merken, dass es einen Bruder oder eine Schwester gibt, oder auch in der Familie, wenn wir merken, dass es da jemanden gibt, über den wir uns aufregen, dann möchte ich euch einen Rat geben. Macht euch auf, nehmt eure Bibel in die Hand, klappert die ganze Stadt ab und sucht nach Menschen, die euren Glauben mit euch teilen. Ihr könnt dabei an jede Tür klopfen, in jedes Geschäft gehen, jeden Betrieb besuchen, alle ansprechen, die euch auf dem Weg begegnen. Wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr nochmal drüber nachdenken, ob ihr euch über euren Bruder oder eure Schwester aufregen wollt, die eine Sache anders sieht als ihr. Gemeinde ist wertvoll. Ihr Lieben, ich war gerade drei Wochen in der Türkei und habe dort erlebt, wie die Adventgemeinde kämpft, wie wenig Adventisten es gibt, wie wenig Gläubige es gibt und wie sie teilweise Einzelkämpfer sind, irgendwo ganz alleine in der Stadt, wo kein anderer den Glauben mit ihnen teilt. Sie würden sich freuen über Gemeinden, in einer Vielzahl, wie wir sie haben. Die türkischen Adventisten. Gemeinde ist etwas Wertvolles und man merkt erst, wenn man es nicht hat, wie wertvoll es eigentlich ist. Eine Frage, die uns auch beschäftigen sollte, ist auch, was unterstelle ich dem anderen? Unterstelle ich ihm böse Motive, wenn er eine andere Ansicht hat? Oder bin ich auch bereit, ihm zuzugestehen, dass er gute Motive haben kann, auch wenn er eine andere Ansicht hat als ich? Eines der großen Streitthemen unter Jesu Jüngern war immer, wer ist der Größte unter uns? An vielen Stellen sehen wir das, dass die Jünger sich gestritten haben, wer ist der Größte unter uns? Wer ist der Größte unter uns? Wer ist der Größte unter uns? Ein Thema, das Jesus immer wieder behandeln musste. Ein Thema, auf das Jesus immer wieder eingegangen ist. Ein Thema, diese Frage, wer ist der Größte unter uns, ist eines der Hauptprobleme, was die Gemeinde immer wieder geschwächt hat, zu allen Zeiten. Der Größte unter uns ist natürlich Jesus. Und das ist das, was wir alle vor Augen haben sollten. Der Größte in unserer Mitte ist immer Jesus. Und er hat uns einen Grundsatz gezeigt, in Markus 9, Vers 35. Da sagte er, er setzte sich und er rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Was sollte der Größte sein? Aller Diener. Das ist das, was wir sein sollten. Aller Diener. Nicht nach dem höchsten Platz streben und meine Ansicht ist die beste, weil ich halt ich bin und das alles von mir kommt und weil es meine Ansichten sind und das, was ich gelernt habe aus der Bibel, sondern selbst, wenn jemand andere Ansichten hat, kann ich dem anderen dienen? Kann ich einen Liebesdienst tun, der ihm weiterhilft? Wenn er vielleicht sogar die falsche Ansicht hat und wirklich die falsche Ansicht hat, Streit kommt oft da auf, wo die Geschwister meinen oder wo Menschen meinen, sie sind die Größten. Und sogar die Jünger Jesu haben sich darüber gestritten. Es ist leider etwas, was der menschlichen Natur anhaftet. In 1. Chronik, Kapitel 12, Vers 15, lesen wir einen interessanten Grundsatz. Da lesen wir von den Kriegern, die zu David stießen. Und unter ihnen waren auch von den Söhnen Gads Häupte im Heer. Der Kleinste unter ihnen nahm es mit 100, der Größte mit 1000 auf. Wer ist der Größte unter uns? Wenn wir die Neigung haben zu meinen, wir sind größer als unsere Bruder, unsere Schwester, unsere Ansichten besser sind, dann dürfen wir es mit 1000 aufnehmen in unserem Liebesdienst. Aber auch der Kleinste darf es noch mit 100 aufnehmen, im Liebesdienst und der Mission. Der Größte nahm es mit 1000 auf, der Kleinste mit 100. Das ist tatsächlich das, was der Größte tun sollte. Der Größte in der Gemeinde dient am meisten. Der Größte ist derjenige, der sich in den Liebestaten auszeichnet und so viel wie möglich Menschen dient in Liebe. Aber auch der Kleinste sollte deswegen nicht aufhören zu dienen. Auch er darf noch viel dienen. Ihr Lieben, die Bibel ist voll mit kostbaren Ratschlägen. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. 1. Korinther 16, Vers 14 Alles in Liebe Liebe ist das größte Geschenk des Evangeliums, was wir bekommen. Es ist Liebe zu Gott, es ist Liebe zur Wahrheit und es ist Liebe zu den Mitmenschen. Bruderliebe Was ist Bruderliebe? Wie sieht das aus? Wie sollte das aussehen, was eigentlich die Gemeinde kennzeichnet? Lass uns mal 1. Samuel aufschlagen. 1. Samuel, Kapitel 18, die Verse 1 bis 4 Wir lesen dort die Geschichte zwischen David und Jonathan. Und es heißt, Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verbannt sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David, dazu sein Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Wir lesen hier von dem Beginn einer wunderbaren Freundschaft. David und Jonathan. Sie hatten einander lieb wie die eigene Seele. Hatten wir schon mal einen anderen Menschen lieb wie die eigene Seele? Das ist für uns als Gemeinde unsere schönste Aufgabe. Freundschaften aufbauen, wahre Freundschaften aufbauen, an der Bruderliebe arbeiten, wie Jonathan und David das gemacht haben. Die Liebe war so stark, dass Jonathan, der der Ranghöhere war, sein Obergewand auszog, sein Waffenrock und sein Schwert ablegte, sein Bogen und sein Gürtel und alles David gab. Die Insignien seiner Macht legte Jonathan ab und gab es David, weil er ihn schätzte, weil er ihn lieb hatte wie sich selbst. Ist das nicht das, was wir eigentlich als Gemeinde brauchen? Ist das nicht das, was wir uns auch wünschen für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen? Als ich in der Schule war, habe ich, damals war ich nicht in der Gemeinde, stand auch nicht im Glauben, habe ich Volleyball gespielt und habe auch Volleyball in dem Team gespielt, wo wir uns sehr gut verstanden haben. Wir haben an Wettkämpfen teilgenommen und ich erzähle das nicht, um Werbung zu machen für Wettkämpfe, aber was wir erlebt haben als Team, war, dass wir sehr erfolgreich waren. Und das nicht, weil wir die allerbesten Einzelspieler waren, sondern weil wir wirklich Freunde waren, weil wir uns untereinander gut verstanden haben, weil wir uns nicht, wenn jemand mal einen Fehler gemacht hat, beschimpft haben, sondern weil wir uns immer geholfen haben, ermutigt haben und weiter geht's. Später habe ich auch in einem anderen Volleyballteam gespielt und habe da einen ganz anderen Geist erlebt. Ich habe erlebt, wie jeder Fehler, den ich gemacht habe, kritisch beäugt wurde, wie ich eigentlich dann immer mehr Angst hatte, überhaupt noch zu spielen, weil ich wusste, ich mache wieder irgendwas, was den anderen nicht gefällt und irgendwann habe ich aufgehört. Ihr Lieben, ich befürchte, dass das auch das ist, was unsere Gemeinde kaputt macht. Ein kritischer Geist. Wenn man an dem anderen Fehler sieht und sofort mit dem Finger auf ihn zeigt, sofort ihn an den Pranger stellt, sofort vor allem ihn entblößt, das kann die ganze Gemeinde ruinieren. Unsere schönste Aufgabe hingegen ist, Freundschaften aufzubauen, wirklich füreinander da zu sein, einander lieb zu haben wie die eigene Seele. Dann natürlich auch nur das zu tun, was man sich selber wünschen würde. Wenn man in der Lage des anderen steht. In 1. Johannes 3, Vers 18 da lesen wir, Johannes sagt, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Liebe sollte nicht nur in Worten ausgedrückt werden. Natürlich kann man Liebe in Worten ausdrücken, aber man sollte sie hauptsächlich in Tat und Wahrheit ausdrücken. Und manchmal kommen wir auch in der Gemeinde in Situationen, die uns ermöglicht, uns zu üben, wie man denn Liebe noch ausdrücken kann, als wir es bisher gemacht haben. Ein Beispiel zum Beispiel, die Corona-Zeit. Ja, wir konnten uns lange Zeit nicht umarmen, wir konnten uns nicht die Hand geben. Wir waren sehr eingeschränkt im Alltag. Aber hört Liebe deswegen auf, zu leben? Oder lässt sich Liebe dann etwas anderes einfallen? Wird Liebe dann kreativ? Ja, Liebe wird kreativ. Und lässt sich etwas einfallen, um sich weiterhin Ausdruck zu verschaffen? Liebe kann nicht leben, ohne sich auszudrücken. in Tat und Wahrheit. Liebe sollte ungeheuchelt sein. 1. Petrus 1, Vers 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander wahrerlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Wir dürfen unsere Seelen reinigen, im Gehorsam gegenüber der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe durch den Geist. Eine ungeheuchelte, warme, herzliche Bruderliebe, das ist das Zeichen der Nachfolger Jesu. Und das war auch der Geist, den die Apostelgemeinde hatte, als der Frühregen ausgekossen wurde. In Apostelgeschichte 2, Vers 44 bis 46. Lesen wir alle, Gläubigen waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfall des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Sehen wir da nicht den Geist, den David und Jonathan hatten? Dieselbe Freundschaft, einander lieb zu haben wie sich selbst. Jonathan war bereit, sein Obergewand auszuziehen, seinen Waffenrock abzulegen, sein Schild und seinen Bogen David zu geben. Genauso haben die frühen Gläubigen, hatten alle Dinge gemeinsam. Sie waren immer beisammen, sie verkauften ihre Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Die Geschichte von David und Jonathan wird sich wiederholen. Die Geschichte von David und Jonathan erzählt uns etwas von der Schönheit der Beziehung, die Gemeindefreundschaften haben sollten, die wahre Bruderschaft ausmacht. Und das ist auch die Erfüllung des Gesetzes, denn was sagt das königliche Gesetz? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn man einander lieb hat wie die eigene Seele, so wie Jonathan und David uns das vorgemacht haben, dann erfüllen wir das Gesetz und wir zeigen, wie kraftvoll das Evangelium ist. Paulus ermutigt die Gläubigen, egal wie weit sie gekommen sind, egal wie stark sie liegen, in 1. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 12. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig sein in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen. Überströmende Liebe kann man nicht mehr aufhalten. Überströmende Liebe wird sich zeigen. In Wort und Tat, in jedem Blick, in der Mimik, in der Gestik. Überströmende Liebe, das ist das, was die Welt braucht. Denn die Liebe ist kalt geworden in dieser Welt, weil die Gesetzlosigkeit überhand genommen hat, weil die Menschen sich nicht mehr lieben wie sich selbst. Sollte man nicht gerade in der Gemeinde sehen, wie das königliche Gesetz erfüllt wird, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst? Lasst uns beten, dass Gott uns den Geist gibt, den er David und Jonathan geschenkt hat. Dabei ist es natürlich auch wichtig, auf die Liebe Jesu zu schauen. Jesu hat seine Jünger geliebt, hat die Menschen geliebt, wie es die Welt vorher nicht gesehen hat. Und das ist die Liebe, die sich auch heute in unserem Leben zeigen wird, wenn wir wahre Nachfolger sind. Wir könnten viel über die Liebe Jesu nachdenken. Wir tun wohl daran. Und das auch zu imitieren, das nachzuahmen. Wie kommt es dann, in der Gemeinde manchmal zu brüchen? Wie kommt es dann zu Feuerproben? Die Silvia hat am Anfang einen Text vorgelesen aus Petrus, 1. Petrus 4, Vers 12 und 13. Geliebter, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als wiederführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden. Als wiederführe euch etwas Fremdartiges. Petrus hat gesehen, dass unter den Christen seiner Zeit es zu Feuerproben kommt, wo die Geschwister beunruhigt sind. Aber er sagt, es ist nichts Befremdliches. Solche Feuerproben gehören zum Leben eines Christen dazu. Auch, dass die Einheit angefochten wird, gehört zum Leben der Christen dazu. Und das ist auch nichts Ungewöhnliches. Er sagt, als wiederführe euch etwas Fremdartiges. Es gehört zu den Leiden Jesu und er gibt der Gemeinde diesen Rat, lasst euch dadurch nicht befremden, wenn es in eurer Gemeinde zu Punkten kommt, wo es zu Brüchen der Einheit zu kommen scheint. Oft passiert es, wenn es richtig wichtig wird, dass die Einheit scheinbar zu Bruch geht. Und es ist auch nichts Ungewöhnliches, wenn ich die Nachrichten mir angeguckt habe in den letzten Jahren. Da habe ich einmal gesehen, wie Kim Jong-un, der Diktator in Nordkorea, ein Atomwaffenprogramm gestartet hat. Er hat mit einer Waffe experimentiert, die gefährlich wurde für jemand anderen, für die USA. Was passierte? Sofort haben die USA als Antwort ihr gesamtes Arsenal an U-Booten und Flugzeugträgern aufgeboten und sind nach Korea gefahren und haben die Halbinsel umlagert. Warum? Weil sie gesehen haben, dass dort mit einer Waffe experimentiert wird, die für sie wirklich gefährlich wird, wenn sie ausgereift wird. Jetzt können wir annehmen, dass Satan und seine Engel nicht weniger intelligent sind als die Amerikaner in diesem Fall. Wenn die Gemeinde mit der Waffe, die Gott ihnen in die Hand gegeben hat, das Evangelium, wenn sie damit experimentiert, wenn sie anfängt, sie einzusetzen, wird Satan und seine Engel einfach zuschauen oder wird er versuchen, das zu unterbinden? Natürlich wird er versuchen, zu unterbinden und zwar am Anfang. Er will nicht, dass die Gemeinde herausfindet, wie machtvoll die Waffe ist, die sie eigentlich in der Hand hat. Und sobald ein einzelner Bruder, eine einzelne Schwester anfängt zu verstehen, wie machtvoll das Evangelium ist, wird er ins Visier genommen. Sobald eine Gemeinde anfängt, sich zusammenzuschließen, um das Evangelium zu verkündigen, um die Waffe einzusetzen, wodurch andere Menschen aus der Macht Satans gerettet werden, wodurch andere Menschen ewiges Leben bekommen können, befreit werden können aus den fessenden Satans, aus dem Reich Satans, wird er sich dann nicht auch aufmachen, um das zu unterbinden? Wird er nicht ankämpfen dagegen? Natürlich. Und das ist was ganz Normales. Und wenn wir als Krieger auf der Seite Jesus stehen, sollten wir uns darauf vorbereiten und sollten uns auch nicht beunruhigen lassen, wenn wir angegriffen werden. Da kommen Angriffe von innen, etliche Versuchungen, da kommen Angriffe von außen, da kommen Kämpfe, Bedrängnisse und unter anderem wird die Einheit ins Visier genommen und wird angegriffen. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als würde führe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Vor kurzem habe ich hier etwas auf meiner Terrasse erlebt, was mich sehr beeindruckt hat und was mir beigebracht hat, wie wir mit einem Bruder oder einer Schwester umgehen können, die verletzt sind, die sich vielleicht sogar aus einer inneren Verletzung getrennt haben von der Gemeinde. Ich war auf der Terrasse und habe mit einem mal so einen dumpfen Schlag gehört. Dann habe ich geschaut und habe gesehen, dass ein kleiner Vogel, eine Meise, auf dem Boden lag. Die Meise ist bei mir gegen das Fenster geflogen, lag dann auf dem Boden in einer ganz ungewöhnlichen Position, also der Flügel hing nach oben, der Kopf war ganz verdreht und sie bewegte sich nicht mehr. Ich habe gedacht, okay, ich will ihr jetzt keine Angst einjagen, ich warte erst mal, bleib mal da, wo ich bin, beobachte die Meise. Ich habe gesehen, dass auch eine andere Meise hingeflogen ist und erst mal geguckt hat, was da passiert ist. Nach fünf Minuten habe ich wieder hingeschaut und der Vogel lag immer noch so da. Ich bin auf den Vogel zugegangen, um zu schauen, ob ich was tun kann. Als ich mich hingekniet habe vor dem Vogel und angefangen habe, mit ihm zu reden, habe ich erst mal gesehen, dass seine Augen sich bewegen, dass der Schnabel auf war und dass er geatmet hat. Und in dem Moment, wo ich mich hinkniete und mit ihm redete, kam plötzlich eine andere Meise angeflogen, flog auf ihn drauf und hat ihn gerüttelt. Hat ihn gerüttelt und ist wieder weggeflogen. Dann habe ich erst gesehen, dass andere Meisen im Gebüsch um die Ecke die ganze Zeit im Gebüsch saßen und ihren Bruder beobachtet haben, wie er da lag. Sie sind nicht weggeflogen, sie haben ihn nicht einfach alleine gelassen, sie haben ihn beobachtet. Und als ich auf ihn zukam, als die Gefahr kam, die vermeintliche Gefahr, weil sie wussten ja nicht, meine ich es gut oder meine ich es nicht gut, da kam die Meise sofort angeflogen und hat ihn gerüttelt. Und durch das Rütteln ist er tatsächlich wieder in die richtige Haltung gekommen. Er saß wieder auf sein Beinchen, hatte den Kopf wieder in der richtigen Position, er konnte noch nicht gleich wegfliegen, aber die Meise hat ihm geholfen. Ich bin dann wieder zurückgegangen, habe ihn erst mal in Ruhe gelassen, habe dann gemerkt, wie er sich von Minute zu Minute erholt hat und dann auch wieder weggeflogen ist. Die Meisen haben mir viel beigebracht. Wenn wir einen Bruder oder eine Schwester haben, die sich durch eine innere Verletzung abgewandt haben von der Gemeinde oder aus unserem Missionskreis, aus unserem Bibelkreis, dann ist es weise, in der Nähe zu bleiben. Dann ist es weise, zu beobachten und gerade, wenn die Gefahr kommt, nochmal zu rütteln und zu gucken, ob er wieder in die richtige Haltung kommt. Wir können viel lernen. Wenn wir die Wunden der Seele behandeln, braucht es das zärtlichste Feingefühl und nur die Liebe, die von dem Leidenden von Golgatha fließt, kann hier etwas Gutes bewirken. Manchmal ist die Situation aber auch so verfahren, dass man in der Gemeinde drei Thäne wiederfindet, wo es schwer wird, Einheit zu schaffen, Einheit zu stiften und wo wirklich die ganze Gemeinde droht, auseinandergerissen zu werden. Wie gesagt, zwei Männer, die sich uneinziehen können, eine ganze Gemeinde zerreißen. Bei David und Absalom haben wir es gesehen, wie sich ein ganzes Volk in zwei Teile gespalten hat. Und das lag daran, dass die beiden eine hohe Position hatten. David war König, Absalom war der Königssohn und als sie sich untereinander uneins waren, spaltete sich das ganze Volk. Das kann und wird sich wiederholen, wenn auch heute in der Gemeinde sich Männer uneins sind, auch Frauen uneins sind, ist die Gefahr groß, dass sich die ganze Gemeinde, dass sie zerrissen wird. Es gibt ein Gebet, wo man ermutigen kann, dieses Gebet zu beten. Und zwar diejenigen, die meinen, ihre Ansichten sind so wichtig, dass sie so fest daran festhalten müssen und so stark gegen den anderen ankämpfen müssen, dass wirklich man nur noch Streit und Groll sieht. Und lasst mich euch mal zu Zahlen 7 mitnehmen. Zahlen 7, Vers 4 bis 6. Das ist ein Psalm Davids. Und da betet er, Herr, mein Gott, habe ich solches getan? Ist Unrecht an meinen Händen? Habe ich dem, der mit mir im Frieden war, mit Bösen vergolten und nicht vielmehr den errettet, der mich nun ohne Ursache bedrängt? So verfolge der Feind meine Seele und ergreife sie und trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Stau. Das war ein durchaus mutiges Gebet. Von David. Was hat er hier eigentlich gesagt? Herr, wenn ich meinem Bruder Unrecht tue, wenn ich dem, der mit mir im Frieden lebt, mit Bösem vergelte und nicht mehr den errette, der mich nun ohne Ursache bedrängt, so verfolge der Feind meine Seele und ergreife sie und trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Stau. Wer von euch hat sowas schon mal gebetet? Wenn ich meinem Bruder oder meiner Schwester Unrecht getan habe, so verfolge der Feind meine Seele und ergreife sie und trete mein Leben zu Boden und lege meine Ehre in den Staub. Ein sehr mutiges Gebet. Und dieses Gebet kann man nur sprechen, wenn man wirklich alles daran setzt, den anderen nicht zu übervorteilen. Wenn man wirklich gelernt hat, Recht zu urteilen. Wenn man wirklich gelernt hat, den anderen zu lieben wie sich selbst. Nur dann kann man dieses Gebet mit Freimut beten. Und ich empfehle dieses Gebet allen Kindern Gottes. Ich empfehle dieses Gebet jeder Gemeinde. Es ist ein Gebet, was große Heilwirkung hat. Gerade dann, wenn Geschwister sich streiten. Und wenn der Streit auszuatmen droht, kann man sie ermutigen, dieses Gebet zu sprechen. Und man wird merken, wie schnell es ruhig wird. Man kann merken, wie schnell Frieden einkehrt. Und sie nicht mehr weiter streiten. In diesem Gebet ist viel Weisheit. Eine Weisheit, die die Gemeinde braucht. Ja. Ihr Lieben, Einheit, ein kostbares Geschenk. Und es ist das, was Jesus sich wünscht. Und es ist das, worauf Jesus hinarbeitet in seiner Gemeinde. Lasst es mich noch einmal lesen. Es war das große Gebet von Jesus, kurz vor seiner Kreuzigung. Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf das sie eins sein, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Jesus schenkt uns seine Herrlichkeit, damit wir eins sind und zu vollendeter Einheit gelangen. Einheit ist kein Randthema. Einheit ist ein Kernthema im Leben der Gemeinde. Und Einheit ist auch das, was das Werk zum Abschluss führen wird. Natürlich wird es zu Spaltungen kommen, natürlich wird es zu einer Sichtung kommen, aber unter denen, die an der Wahrheit festhalten, wird eine Einheit sichtbar sein, die einzigartig ist. Eine Einheit, die die Welt in Begeisterung versetzt. In Epheser Kapitel 4 lesen wir das Ziel, das Jesus hat mit seiner Gemeinde und damit möchte ich gern abschließen. Jesus hat der Gemeinde Gaben gegeben und ab Vers 11 lesen wir, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Wenn wir als Gemeinde anstreben, zum Maß der vollen Größe des Christus zu kommen, dann ist es wichtig, dass wir auch die Einheit des Glaubens anstreben. Denn dafür hat Gott der Gemeinde Gaben gegeben. Darauf haben die Apostel hingearbeitet, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten, die Lehrer. Und sie arbeiten bis heute darauf hin, dass auf Grundlage der Wahrheit, auf Grundlage der Wahrheit und des Glaubens, wie die Bibel es uns offenbart, die Gemeinde zur Einheit des Glaubens kommt, zum Maß der vollen Größe des Christus, zur vollkommenen Mannesreife. Und wenn die Gemeinde das erlangt, diesen Zustand erlangt, dann wird das Ende kommen. Denn dann wird auch das Evangelium sich in die ganze Welt verbreiten. Es geht Hand in Hand, kann man nicht trennen. Das Evangelium wird verkündigt und es wird von einer Gemeinde verkündigt, die zusammensteht. Lasst uns Gott anflehen, dass er das Geheimnis des Evangeliums an uns vollendet, damit wir bald nach Hause gehen können und dass wir schon zuvor zum Maß der vollen Größe des Christus heranreifen. Gott segne euch und stärke euch. Amen.